Guten Tag, liebe Leute! Herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Heute werden wir etwas enthüllen, das euch alle begeistern und gespannt machen wird. Der Titel sagt alles, Baumgart enthüllt den nächsten Rückkehrsplan von Uth. Es ist eine dringende und aufregende Nachricht, die die Sportwelt erschüttern wird. Bereitet euch darauf vor, in die faszinierende und überraschungsreiche Welt von Uth's Rückkehr mit exklusiven Enthüllungen von Baumgart einzutauchen. Bleibt dran, denn dies ist eine Geschichte, die ihr nicht verpassen wollt. Drückt jetzt schon auf den Like-Button, damit ihr keine Neuigkeiten von Köln verpasst. Vor vier Wochen überraschte Trainer Steffen Baumgart noch mit der Aussage, über Marc brauchen wir nicht reden, Er ist von allem weit weg und schob hinterher, wir müssen gucken, dass er sich in den Bereich reinarbeitet, dass er wieder bundesligatauglich ist. Das ist er im Moment nicht. Einen Monat später ist daran jetzt zumindest schon wieder zu denken. Denn Uth ist nicht nur voll im Mannschaftstraining. Er steht vor seinem ersten Pflichtspieleinsatz seit seinem Verletzungsaus nach dem Pokalspiel Mitte August in Osnabrück, wenn auch nicht für die Profis. Baumgart verrät Uth's Comeback-Plan. Bei Marc und Florian Dietz ist unser Gedankengang, sie am Samstagabend bei der U21 ins normale Spielen zu bringen. Weil es eben noch Unterschiede zwischen Spiel und Training gibt. Uth erstmals seit elf Jahren. Im FC-Einsatz bei den Regionalliga-Amateuren. Die treffen Samstag im heimischen Franz-Krämer-Stadion auf den FC Wegberg-Beck. Uth soll sich da die nötige Wettkampfhärte holen und schauen, ob sein Körper mitspielt. Wie geht es danach weiter? Er leidet Uth keine Rückschläge, bleibt ihm danach noch die Länderspielpause und voraussichtlich ein weiteres FC-Testspiel mit den Profis, um weiter an der Fitness zu arbeiten. Anschließend könnte er schon im Derby gegen Gladbach, 22.10. oder eine Woche später beim Leipzig-Spiel wieder im Profikader stehen. Dass das alles mit Vorsicht zu genießen ist, zeigen allerdings nicht nur Baumgartts August-Aussagen. Uth hat zudem fast die komplette letzte Saison mit immer neuen Schambein-Problemen verpasst und musste dreimal operiert werden, bevor er im Sommer den Neustart wagte. Wie sehr Kölns Topstar vor allem offensiv fehlt, zeigt der einfache Blick auf die Tabelle. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns bei dieser aufregenden Enthüllung begleitet habt. Vielen Dank, dass ihr bei uns wart und bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.